Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Nein, nein, das ist nicht. Klar. Ja, okay, kann losgehen. Schön gleichmäßig durchziehen. So, jetzt runter, 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 runter. Ja! Ja! Geil! Klaus, wie lange stand die Lok denn jetzt eigentlich hier einfach nur so in der Ecke? Also ich bin ja relativ frisch her. Die anderen, die wissen das besser. 20 Jahre, sagt man. Stand sie einfach nur rum? Stand und ich war eigentlich ziemlich sicher totgeweiht und hatte auch schon mal vorgeschlagen verspotten. Wow! Weil man frisst Platz im wertvollen Schuppen und wir haben ja zwei Loks, die betriebsfähig sind. Jetzt haben wir drei. Nee, wir haben vier. Vier! Vier! Stimmt! Stimmt! Den Schröber habt ihr ja auch schon wieder hingekriegt. Absolut spitze. Die jungen Leute, du echt, du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Du denkst, sie sind junge Leute, die bringen sowieso nichts. Dann machen sie sowas. Absolut spitze. Möge! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017